So, hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du es noch nicht gemacht hast und du hier neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abonnement freuen. Einfach gerne mal nach unten scrollen, subscriben, liken und die Glocke aktivieren. Ganz ganz wichtig, die Glocke auf alle zu stellen, damit du hier nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein in die Chartanalyse. Und zwar sind wir hier bei Bitcoin auf dem 4-Stunden-Chart. Und du siehst hier ganz gut, wir hatten hier diesen Abtrend, den haben wir uns auch gestern live im Livestream angeguckt. Hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es ja dann immer einen Livestream, Mittwoch und Sonntag. Und wir haben das Ganze hier dann nochmal angetestet, aber sind dann jetzt hier gestern Nacht dort durchgebrochen. Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das einfach, dass diese Bearflag, die wir hier hatten an dieser Stelle, dass diese jetzt hier nach unten hin erstmal ausgebrochen ist. Dennoch, man muss sagen, dennoch halten wir uns im Moment eigentlich sehr, sehr stabil. Und zwar bei diesen Tiefs hier. Jetzt können wir uns mal angucken. Und zwar seht ihr das hier ganz gut. Ja, diese Tiefs hier in dieser Zone halten wir uns gerade im Moment auf. Das bedeutet, für den heutigen Tag ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht unter dieses Tief hier kommen bei 36.580 US-Dollar. Das ist genau dieses Tief hier. Sollte dieses Tief hier brechen und dann gehe ich davon aus, dass wir runtergehen hier in die nächste Support-Zone. Das bedeutet auch diese 36.180 US-Dollar. Ja, also ihr seht schon, alles was hier oben dann Support war, über mehrere Stunden und Tage hinweg. Ja, genauso wie hier, genauso wie hier, ist jetzt hier wieder zu Widerstand geworden. Das bedeutet, wir haben hier einfach jetzt wieder Widerstandszonen über uns, aber dann auch gute Support-Zonen unter uns. Was natürlich immer noch sein kann, ist nämlich folgendes. Ja, ihr seht hier ganz gut, dass wir auf dem Daily Chart weiterhin in unserem Downtrend sind. Das bedeutet, wir haben hier oben einmal Widerstand gehabt. Hier haben wir nochmal Widerstand. Hier hatten wir auch nochmal Widerstand. Und an dieser Stelle hier unten jetzt auch nochmal Widerstand. Und genau da wurden wir hier auch erstmal rejected. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier dann auch mit in die Telegram-Gruppe kommt, weil ihr seht es dann auch hier, ich poste hier immer wieder rein. Zum Beispiel hier an dieser Stelle war das Ganze, da habe ich euch das hier reingepostet, dass wir unbedingt hier drüber müssen. Und wenn wir hier wieder rejected werden, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir nach unten fallen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, ich kann es euch nur empfehlen, hier weiterhin mit reinzukommen. Und nehmt auch noch am Gewinnspiel teil. Da gibt es ein sehr, sehr großes Gewinnspiel im Moment. Das heißt, wenn ihr 100 USDT oder 0,0025 Bitcoin einzahlt und euch mit dem Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, registriert, ja, dann könnt ihr hier 1500 USDT oder 1500 Dollar in Bitcoin als Handelsbonus gewinnen. Zwei Gewinner gibt es da. Ja, bis zum 6.2. könnt ihr euch da noch anmelden. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr da Bock drauf habt, nutzt das Ganze. So, das heißt für uns jetzt auf dem kleineren Timeframe, auf dem 1-Stunden-Chart, können wir uns auch nochmal dann die EMA-Ribbons mit anschauen. Und das seht ihr nämlich hier dann auch folgendes, dass wir hier auch auf dem 1-Stunden-Chart die EMA-Ribbons, die wir hier in dem grünen Bereich hatten, wieder in den roten Bereich geswitcht haben. Und wir halten uns jetzt hier erstmal in dieser Zone auf. Also, bedeutet jetzt, wenn wir hier wieder hochkommen, dann muss es Bitcoin schaffen, hier zumindest für den heutigen Tag hier wieder reinzukommen, über die Widerstandslinie, die, ja, davor Support war. Und dann müssen wir hier schauen, dass wir hier einen schönen Retest nochmal reinbekommen und dass wir hier so schnell es geht wieder nach oben kommen. Das größte Problem sind einfach im Moment die traditionellen Märkte und vor allem jetzt hier wieder, ja, 4-Stunden-Chart, wer hätte es gedacht, wir sind hier wieder unterhalb unserer wichtigen 4-Stunden-EMA-Ribbons. Hier ist das Ganze wieder in den roten Bereich geswitcht. Also, ihr seht auch hier, ja, wir haben wieder die roten EMAs, wie es seit, ja, seit längerer Zeit auch jetzt hier wieder in diesem Bereich. Also, hier alles andere erstmal als Bullish. Wo könnte uns das Szenario hinbringen, ja, wenn wir diesen Cat, Dead Cat Bounce einfach sehen, den habe ich euch auch gestern schon gesagt, ja, wir fallen runter, wir sehen den Bounce, wir fallen nochmal runter. Das würde uns rein technisch gesehen Richtung 30.000 bis 29.000 Dollar nach unten bringen können. Solange wir aber hier dann immer Support reinbekommen, ja, also die wichtigste Supportlinie sind einfach diese 34.240, das ist dieser Bereich hier an dieser Stelle, bedeutet das, wir könnten hier noch einen großen doppelten Boden reinbekommen. Das sollte man einfach mal im Auge behalten an dieser Stelle, aber, ja, das ist jetzt rein spekulativ, da darf man sich natürlich jetzt nicht drauf festbeißen, ja, dass wir hier unbedingt einen doppelten Boden reinbekommen, denn wenn halt hier diese Supportstellen hier nicht mehr halten, dann gehe ich davon aus, dass wir hier Richtung 30.000 Dollar fallen und wir geben einfach den Bären dann wieder die Möglichkeit, uns hier weiter nach unten zu drücken, ja, muss uns einfach bewusst sein. Dann schauen wir uns das Ganze mal an mit den traditionellen Märkten und zwar siehst du hier auch nochmal einen Screenshot, den habe ich auf Twitter gepostet, wir schauen uns auch mal detailliert dann nochmal die traditionellen Märkte an und zwar pünktlich um 15.30 Uhr, pünktlich um 15.30 Uhr haben wir hier einen kleineren Abverkauf hier gesehen, ja, auf den 1-Minuten-Chart, ich habe das extra mal auf dem 1-Minuten-Chart, damit ihr ganz genau seht, was hier in diesen Minuten passiert ist. Und zwar sind wir hier bei Bitcoin sehr, sehr massiv abverkauft worden, doch der S&P 500 ist nach oben gestiegen. Also auch sehr, sehr kurios, was da im Moment passiert, das müssen wir unbedingt im Auge behalten, heute auch um 15.30 Uhr, weil wenn das jetzt mehrere Tage lang so passiert, ja, dann ist es ein Indiz dafür, dass Geld von Kryptomarkt, von Bitcoin rüber in die traditionellen Märkte geschoben wird, also da müssen wir unbedingt ganz, ganz wichtig drauf aufpassen und drauf schauen. Wenn wir uns hier auch den Crypto-4-Ingred-Index angucken, ja, sind wir hier bei 20 Punkten, also von 28 wieder auf 20 runter, letzte Woche waren wir auch wieder auf 20, ja, also wir sind die ganze Zeit jetzt hier zwischen 30 und 20 Punkte Marke und ich persönlich gehe davon aus, dass wir nochmal ein, zwei Wochen mindestens in dieser Zone hier bleiben, bis sich Bitcoin entscheidet, wo die Sache und dann das Ganze dann hier hingeht. Des Weiteren, nochmal hier, Bitcoin-Kurs fällt zusammen mit Aktien, PayPal-Aktie geht um 25% zurück, genauso wie Facebook, ja, Facebook ist dann gestern, Quartalszahlen wurden dann announced nach Börsenschluss und hat dann den Nasdaq in dem Future-Handel nachbörslich nochmal richtig mit nach unten gezogen, ja, auch Spotify hat darunter gelitten, also die ganzen großen Tech-Aktien, ja, vor allem dann auch Facebook, ganz, ganz großer, großer Kandidat an dieser Stelle, ja, hat halt wirklich sehr, sehr schlechte Quartalszahlen, zumindest für die Investoren schlechte Quartalszahlen geliefert an dieser Stelle. Genauso, nochmal eine kleine positive News am Rande, ja, doch kein Kryptoverbot in Indien, das habe ich euch dann auch gestern mit den Gold-Membern und auch auf Telegram habe ich da ein bisschen schmunzeln müssen, ja, ihr wisst ja, letztes Jahr hat Indien ganz groß getönt, und ja, wir verbieten Bitcoin und alles ist schlecht und so weiter und so fort, ja, aber jetzt sieht man ganz gut, sie haben wieder komplett zurückgerudert, wer hätte es gedacht, und so ist zum Beispiel in den letzten 24 Stunden das Handelsvolumen von Razer, RazerX oder keine Ahnung, wie es ausspricht, da eine Binance-Tochter um 56% gestiegen und genauso hier die Token von dieser Plattform, also der WRX-Token, das heißt, die speziellen Plattformen, die jetzt hier für Indien zuständig sind, sind wirklich sehr, sehr stark gestiegen im Handelsvolumen, kann natürlich jetzt dann auch sein, dass wir das dementsprechend auch im Bitcoin-Preis dann jetzt hier sehen, ja, wenn wieder mehr Handelsvolumen von Indien auch noch mit reinkommt, wäre natürlich jetzt an dieser Stelle gar nicht mal so schlecht. Dennoch schauen wir uns jetzt hier das ganze Dilemma einfach mal an, und zwar, ja, S&P 500, hier seht ihr ganz gut, links auf der Seite seht ihr den Bitcoin-Preis, Bitcoin geht komplett nach unten an dieser Stelle, der S&P geht vollkommen nach oben, ja, also genau die gegengesetzte Richtung, und wenn wir uns das dann nochmal vergleichen, mit unserem Bitcoin hier links, wir gehen nach unten, S&P geht nach oben, aber, und jetzt kommt genau das aber, der Bitcoin hat sich gestern an den Nasdaq orientiert, und das ist das ganz große Problem gewesen. Hier, diese Candle um 22 Uhr nachbörslich, naja, die hat uns einfach hier nochmal komplett hier runtergerissen, das war auch hier, wir hatten uns dann relativ gut erholt, ja, wir hatten uns hier schön gut erholt an dieser Stelle, aber man muss jetzt hier dann sagen, genau hier, Punkt 22 Uhr, ihr seht es hier unten auch, 22 Uhr an dieser Stelle, das war diese rote Candle hier, ja, und was ist hier mit dem Nasdaq passiert? Nasdaq ist komplett abgerauscht, und hat sich dann hier zum Glück wieder einigermaßen jetzt erstmal gefangen, und genau dasselbe passiert jetzt hier bei Bitcoin. Also, was bedeutet das einfach für mich? S&P 500 und Nasdaq heute im Auge behalten, ja, Quartalszahlen wurden ja schon gelauncht, von den ganz, ganz großen Tech-Firmen, ja, und ihr seht einfach auch, was diese ganz großen Firmen einfach für einen Einfluss haben, auf die traditionellen Märkte, ja, wenn halt hier ein Gigant wie Facebook, ja, in Anführungszeichen schlechte Zahlen announced, und dann nachbörslich runtergeht, genauso wie Spotify, PayPal, minus 25%, ja, Leute, wir reden hier nicht irgendwie von dem Shitcoin oder so, sondern das sind große, große Firmen, die Big Player auf dem Markt, ja, und verlieren 25% ihres Aktienwerts, also das ist absolut crazy, was da abgeht. Dann schauen wir nochmal rein, gehen wir nochmal hier, da sind wir daheim, genau, gehen wir hier nochmal rein, und schauen nochmal Ethereum an, wie sieht es im Moment bei Ethereum aus? Bei Ethereum sieht es im Moment eigentlich ganz okay aus, ihr seht es hier ganz gut, ja, wir haben das Ding hier unten nochmal angetestet, gestern im Livestream habe ich das auch nochmal gesagt, ja, und auch im gestrigen Video, wir haben das hier gestern angetestet, und ihr seht ganz gut, hier unten ist das jetzt hier sehr, sehr starker Support für Ethereum geworden, das bedeutet, wenn diese Abtrendlinie fallen sollte, sehen wir Ethereum halt wieder hier unten bei 2318 bis 2362 US-Dollar, das muss uns bewusst sein an der Stelle, aber wenn wir hier einen schönen Bouncing kriegen, und bei diesen 2632 Dollar, also diese grüne Linie, die ihr hier seht, ja, wenn diese hält, ja, war guter Widerstand, Widerstand, jetzt scheint es zu Support zu werden, dann kann man hier sagen, dass wir hier jedenfalls wieder auf die 3000 Dollar Marke nach oben gehen, es kommt und fällt aber trotzdem alles mit Bitcoin, ja, Ethereum hat jetzt nicht so krass viel verloren, wie Bitcoin gestern, ja, das wird man jetzt auch gleich bei der Bitcoin Dominanz ein bisschen sehen, aber trotzdem sind die Altkönsten noch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen, und da müssen wir einfach jetzt demnächst aufpassen, was hier passiert, ja, Bitcoin Dominanz, das ist genau der Punkt, die letzten vier, die letzten ein, zwei Tage sind hier ein bisschen negativer jetzt hier geworden, ja, aber wir kriegen jetzt hier wieder einen Bounce rein, das bedeutet einfach jetzt auch wieder für mich hier, ja, Bitcoin Dominanz kann durchaus hier immer noch, mein Szenario ist hier bei knappen 44% bis 43% hier nach oben laufen an dieser Stelle, ja, also das ist ganz, ganz wichtig, deshalb jetzt hier immer die Bitcoin Dominanz beobachten, vor allem wenn Bitcoin jetzt seitwärts geht, müsst ihr unbedingt da drauf schauen, was dann mit den Altcoins passiert, ja, es gibt da natürlich Altcoins, die performen dann sehr, sehr gut, ja, Luna würde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten an eurer Stelle, ja, genauso wie XRP, Cardano, Solana auch ganz, ganz wichtig, ja, schaut da jetzt immer ein bisschen drauf, bis HODL Portfolio zum Nachkaufen ist natürlich keine Finanzberatung an der Stelle, aber zum HODL, ja, zum Nachkaufen sind das natürlich jetzt sehr, sehr gute Preise, erst mal für die Altcoins, ja, wenn wir aber mit dem Bitcoin Preis, ja, und das ist genau jetzt der springende Punkt, ja, das sieht halt jetzt hier erstmal kurzfristig alles andere als Bullish aus, ja, wenn wir hier weiter nach unten fallen, wird es wieder komplett eine Kettenreaktion zur Folge haben, für die traditionellen Märkte, für die traditionellen Märkte, schön wäre es, ne, für die Altcoins, ja, und somit ist auch keine Altcoins, sie sind im Moment in Sicht, und da solltet ihr einfach ein Auge drauf werfen, wie gesagt, für den heutigen Tag, jetzt ganz wichtig, wir können hier nochmal in einen Stunden Schad gehen, für den heutigen Tag sollt ihr das unbedingt im Auge behalten, diese Supportbox, wo wir uns gerade drin befinden, dann diese Widerstandszone bei 37.332 Dollar, und dann halte ich euch natürlich auf den Laufenden, falls wir hier oben wieder antatschen, und das Ganze hier wieder retesten, an dieser Stelle halte ich euch natürlich in Telegram auf den Laufenden, und wenn ihr da Bock habt, ja, und eure Trading Skills verbessern wollt, dann schaut auch mal bei mir beim Coaching vorbei, bitbull-trading.com, findet ihr auch unten den Link an dieser Stelle, ja, wir haben morgen Meetings, wir schauen uns dann den Markt gemeinsam an, würde mich da sehr freuen, und in diesem Sinne war es das für das heutige Video, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, gerne runterscrollen, subscriben, liken, und die Glocke aktivieren, und ganz wichtig, ja, lasst doch gerne mal einen Kommentar da, und in diesem Sinne Leute, haut rein bis dann, bleibt gesund, euer Basti, ciao, ciao.